Dankeschön, brauchen wir auch die nächste Reihe. Krabbel. Hey, die Mom... Mama, die mobben gerade Bilbo. Die mobben Bilbo. Süße, ja, hallo. Hallo. Dickmops, ja gut. Ja gut. Das erste Mal in der großen Welt. Na, das ist ja aufregend. Tatsche. Ja. Oh. Guck mal, wie munter die plötzlich sind. Mach mal Schluss noch, wenn die Welt mal gerade auslaufen. Süß. Ich brauch vor allem Hände, weil ich muss hier zumachen. Du brauchst die Stifte. Ja, die auch, aber jetzt reicht es erstmal, die ineinander zu stecken. Es geht nur darum, das eine Ding dahin zu stellen, dass die hier nicht immer russisch sind. Wow. Da ist doch viel mehr Platz, ne? Oh, brave. Ja, eine liegt drunter. Egal, sie sagt schon Bescheid, wenn sie es stört. Schimpft schon. Süß. Wie finde ich die hübsch? Hatte ich von Anfang an im Malsch? Ich finde es alle hübsch, deswegen ist auch alle hierbleiben sollen. Nö, die schwarzen sind hübsch, müssen aber nicht hierbleiben. Die Beine wollen noch nicht so richtig. Aber hat schon eine gewisse Vorstellung, was er will? Ja. Rumgucken. Das ist eine runde Nase. Was war denn das? Süße. Los, spielen. Oh, jees. Ja. Hatte aber so ein Maul hing. Süßer, Dickmops. Hallo, du kleiner Dickmops. Und noch ein Dickmops. Hallo. Bauchy kraulen. Schluck, schluck. Bei Bauchy sind zuallerletzt die Augen aufgegangen. Der hat noch so richtig kleine Schlitzchen. Die anderen gucken schon sehr viel wacher. Sind das nicht die Mädchen, die mit dem Schlitz? Wir haben Platz. Guck mal. Bauchy kraulen. Kraulen mir, Bauchy. Süß. Süß. Der kleiner Bär. Guck mal, kleiner Bär. Bissi. Guck mal, kleiner Bär. Ja, hallo. Ich auch. Ja, aber wirklich. Der ist eifersüchtig. Ja. Süßer kleiner Mann. Bobby, du bist so müde. Ja, da läuft einer. Guck. Bissi schafft noch. Ist da niemand da? Schmecken tut es nicht. Nicht anschlecken. Was? Ja, ich bin mit Desinfektionsmittel drüber gewischt. Findet der lustig. Schmeckt ganz anders. Schleck, schleck. Bissi. Wie geht denn hier vor der Kamera? Und? 600? 92. Der wiegt. 400 Gramm weniger. 400 Gramm. Fast 400 Gramm weniger als Basta. So, Bissi ist schon ganz schlass. Man könnte auch sagen, schläft. Ja. 800. Ja. Mama. 70. Dankeschön. Da kommt Bax. Steckt auch das erste Mal die Nase rein. Raus. Und geht schnell wieder rein. Bax, komm her. Hilf ihm mal, Easy. Genau. Easy hat ihm gezeigt, wo es rausgeht. Ja, da kommt er. Hier ist der Bax. Hallo Bax. Hallo Bax. hier ist der Bax. Und, da kommt er. Hallo Bax. Vielen Dank.